Ah, herrlich. Aber so wie man durchgekehrt, weil man nix als mehr auf die Füße ist, gell? Auf Dauer war das nix für mich. Was ist mit meinem Grinfleisch? Gibt's Neuigkeiten von dem Grinfleisch? Nein, dann macht er einig, will. Puh, hören Sie so. So Stress, so stressert. Alle sprechen vom Körpergeruch, hörst. Puh, ich habe ihn, hörst, habe ich den, hörst. Geschwitzt direkt, hören Sie. Wie in einer Sauna, hören Sie es ja. Ah, ich war mal in einer Sauna. Ja, nie wieder. Nie wieder. Furchtbar, kann ich nicht sagen. Der Leitner, der Mutter Helm, der Bodemachter vom Tresenboden, hat gesagt, Jo, wir sind ja alle zu ihm gekommen, nicht? Sanieren und Dampfkammern und... Gäh! Beim Ausdindeln ist schon angegangen, gell? A Trinkerei in den Tresenboden, gell, ding, gell. Bücher, Baby, der Grasgesicht ist aus der Hose nicht rausgekommen. Nicht einen Rittberger hingelegt dort, hörst, aber wie, passt denn? Die Herren haben so Kartln in den Heck gehalten, so Dings, so Haltungsnoten. Na, bin ich rein in die Dings, in die Herrensauna, nicht? Na, was soll ich nicht sagen? Ach, jetzt. Habe, der. Die Sauna, bumm voll, nicht? Und mir fremd. Da hab ich mal so geschaut, so Dings. Der Leitner-Helmut hat uns zwar vorgestellt, so Dings, aber es hat nichts genutzt. Das war, wie wenn man gar nicht da gewesen war. Wenn der Helmut nicht schreit, aufgossen, hört, wird's peinlich an. Die Sauna, die ist noch nicht so. Nimmt einer den Leitner-Helmut, diesen Holzkübe aus der Hand, und sieht, dass er einen kleinen Flascherl, wie der, wo er das hergehabt hat, man weiß es nicht. Also, wo der das gehabt hat, wird gesagt, nicht? Und einer sagt so, meine Herren, ich mach Sie aufmerksam, Sportaufguss, nicht? Und ich denk mir, bumm. Da bist du reingerutscht, hörst, in einen Exklusiv-Zirkel, ich hörst, nicht? Bitte, filmen Sie, was ist denn das, ein Sportaufguss, nicht? Ein Sportaufguss, das ist aufgossen mit Schuss, mit einem Schuss Vogelbären in Duppet bringen, da rastet Ihnen alles raus, der ist gnadenlos, da können Sie zuschauen, wie Ihnen die Bohren aufgehen, nirgends. Einer von die Bodiggest hat oben geschrieben, Geheimzi, was ist denn, mach kein Sprechchor, gier's auf, und sie sagt, halt. Der gier's da auf, hörst, der gier's da. In der Sekunde, in der Sekunde hat es in dieser Sauna einen Ogui gehabt, ja? Wir beim Brandineser um zwei in der Früh. Ja, also, ich bin g'sessen, ich bin g'sessen, so den, so am zweiten Spritzl, ja? So den, und hab mir g'dinkt, der lanzt wie einer, der Sportaufguss, ne? Also auf einmal fangt der so ins Ding, ins Wackeln an, wissen Sie, so mit dem, so Schelleizirgen, 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 oder so, da g'dinkt, so g'wachelt, so g'dinkt, oder so, da g'dinkt, oder so, da g'dinkt. Oder sie doch geholt, man weiß nicht, warum, versteht, das ist ja g'dinkt zu dem. Es war g'dinkt, ne? oder, dachte Sie, wie sonst noch das? Was? Und die Leute alle, die Leute alle, Astsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss. Da haben alle geschrien, Zugabe haben sie geschrien, Damenspende haben sie geschrien. Und der, da, ja, da habts, da habts, da habts, da habts. Geil. Mitten in das Offen, der hat da rein, ja, mitten in das Offen, der hat da rein, sagt der Güschenhärnsl, unser Kreisler, der ist auch so eingeschmückt, wo g'siessen, so die, sagt der so, entschuldig, entschuldig sie, ist vielleicht noch was von dem Vogelbär da? Weil ich hol' ja dann, wenn's ein Mord, nicht? Na, Pats und Protest tut, nicht? Sie bleiben hier und zwar sofort, nicht? Kommt denn da hin, mitten im Aufguss rausgegehen und so, ne? Sag ich, hören sie denn? Wieso kann der Herr nicht rausgegehen? Den is vielleicht was, ne? Da geht's dir her, ist mir doch egal. Wissen Sie nicht, wer da aufgehst, hören Sie? Der Heinzi, der hat zweimal die finnische Aufguss-Olympiade gewohnt, ne? Da können sie da nicht rausgegehen, wenn er so ein Koryphä da arbeitet, ne? Ich hab' gesagt, den Gülschleißl war's wurscht, er hat mir so die Luft ausgeblasen und so, pfff, wie der Dampfkochtopf, weißt so, wie der große Fiesler. Ich hab' gesagt, es war nur wegen ein Vogelbär, war kalt rausgegehen, ne? Dann hab ich geschrieben, rechtzeitig, lieber Herr, rechtzeitig! Ja, da bin ich rausgegangen. Soweit man in einer Sauna halt noch rausgehen kann, ne? Sag ich, hören Sie, klachel Sie! Wenn mein Bekanter, der Herr Gülschl, da hinausgehen will, dann geht er hinaus, ja? Und wenn Ihnen ein Weltmeister da mit den Füßen wachelt, mir scheint Ihnen is nicht gut, ne? Stätte auf! Stätte auf! Äh, so Dings, ein komprimierter, verstehst du, so Dings, oder? Wenn er auf einen Reisnagel steigt, hat er einen Herzstich, verstehst du? So was, in der was, ne? So Dings, gell? Steht sich er und sagt, hören Sie, wie ist denn bei Ihnen ein Glachl, Sie Waldschratzi-Verwachsene? In der Sauna sind mir die Stammrunde, ja? Da bestimmen wir, wenn wer rausgeht, mach sie aufmerksam, ne? Gülschlensl, was wurscht ist mir so da. Gülschlensl, wie es wuppt. Ich hol ein Bier auch gleich, ne? Hat einer gesagt, draußen kriegen Sie doch eh ein Bier. Ernstl, hört Bier, springt auf, wie immer, weiß nicht, rennt bei der Sauna aus und der... Der Herr da, der was sich unterstanden hat, nicht einen Waldscheuer zu hausen, ja? Der was das Problem mit dem Boden-Nano-Zahn hat, verstehst du? Er ihm noch, aber der Ernstl ist schnell, er haut ihm die Sauna wie am Schell und der dammelt zurück. Der dammelt zurück! Götti! Folgt mit dem Ding, mit dem Unaussprechlichen auf den heißen Stahner zisch! Der springt auf, verstehst du? Vorne ein Schrei! Hinten ein Barbianer! Was soll das? Was soll das? Halt! Das ist dann keine rechte Stimmung mehr aufgekommen in der Sauna als... Ich bin mit meiner Frau, bin ich rübergegangen in die Dägen, in die Dampfkammer, die war gemischt. Eine Heteropathie, wenn sie versteh' ich nicht. Ich mach die Dägen auf, zu der Sauna, zu der Dampfkammer, bumm, ein Nebel! Ein Nebelherz! Na dies, die? Da marketplace so eine, nicht? Und die, und dägen... Was soll man das... Dägen mir, das ist ja... Lauter Bekannte. Na, höre ich schon eine Stimme aus dem Nichts. Sie schweindeln Sie! Sag ich, Frau und Gott, wie immer Sie sein, mir ist das unangenehme. Ist nur wegen der Nebe, ich hab's nicht zu fleiß gemacht. Ja, die Mannsbüter, mal eine blöde Ausrede mit einer ewigen Obdopperei. Schau ich mir die einmal an. Sag ich, was haben Sie denn, hören Sie? Sind Sie froh, dass da so ein Nebe ist, meine Frau? Weil außer irrtümlich greift Ihnen niemand nirgends hin, ne? Ganz auf einmal kommt so mein Kopfleisch auf mich zu, schaut mich an und sagt, Alphons, seinerzeit hast du anders geredet. Jetzt gehen wir, wer ist denn du? Wer ist denn du? Sie ist es. Ich bin auch stark abgewohnt, aber sie ist es. Die Hofstädter, sie ist sie. Jetzt, der wie Kind, hören Sie, mein Gott, da war ich kaum noch verheiratet. Verstehen Sie mich? Das war so eine Übergangszeit. Wissen Sie, wenn Sie verstehen, was ich meine? Und Geld. Die Leute, dumm alles, wissen Sie eh, wie die Leute sind. Die haben mal nicht gesagt, ja, die Hofstädter Sissi, haben sie gesagt. Die geht am Strich, haben sie gesagt und so. Eine Gemeinheit. Ja, ein bissel vielleicht. Ja, nicht, was Gott wie, nicht, dass man sagen kann, ne? Ja, die ist kaum draußen bei der, bei der ein Dampfkammer, meine Frau. Also, woher kennst denn du die Hofstädter Sissi? Die Fliesen, na? Sag ich. Beruflich, ich weiß, beruflich. Ich sag, du geh, der Beruf und du. Ja, ich sag, du geh, der Beruf und du.